So, die Soße hat man, glaub ich, im Gasthaus bekommen. Doch nicht. Wo hat man diese komische Soße hin? Dann hoffentlich unten am Haltbügelmarkt. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Berichtet mir von euren Reis. Da, das kostet diese Abzeichnung. Davon habe ich keine mehr, weil ich hier lange diese Dinger nicht mehr gemacht habe. Heißt, den Kaiserlachs kriege ich jetzt auch nicht hin. Kaiser. Doch der geht ohne. Die nächste Runde geht auf mich. Aber ich habe jetzt so einen Wert. Auch dann. Damit ich bestimmt irgendwo wieder ein Skill lernen kann. Möge die Jade-Schlange euch leid. Berichtet mir von euren Reisen. Möge euch diese Tage Freude bringen. Tatsache. So, welches ist dazu gekommen? Dämpfer. Enquete und großes Dämpfer-Baket. Aus Lachsen und Jade-Kürbis. Keine Eile. Ich habe krassen Kram. Krassen Kram. Fiddle. Seid gegrüßt. Da ist er doch der Bauer. Oh, hallo. Bla, 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 bla. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Seht euch und nehmt euch Zeit in die. Möge die Jade-Schlange euch leid. Ich habe keine Angst vor euch. Es gibt viel mehr Samen mittlerweile und Beutel für Samen. Und hier, um alle möglichen Sachen auszuwerfen. Bis später. Bitte schaut euch meine Waren an. Mögen euch die Nebeln beschützen. Die nächste Runde. Oh, hallo. Ich glaube, für die Quest... Ne, kriegt man auch nicht. Lied wo? Vorgelscheuche brauche ich nicht. Oh, ein neues Reitier, was ich noch nicht habe. Boah, wenn ich mir jetzt die kaufe, dann bin ich gleich wieder blanko. Loil. Benutzen. Schneidet, zerhackt, filetiert. Und eine frische Humanoidenleiche oder frische Tierkadaver. Aus welchem Grund sollte ich das tun? Hier, Belobigung. 100% Ruf zu wachs. Und jetzt geht. Account gebunden. Nein, das reicht nicht. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Das schwarze Reizhegel. Das ist jetzt hier hinten ja alles Reittiere. Schwarze Reizhegel. Und was war das andere? Züge der weißen Reizhegel. So. Ich kann nur drauf reiten? Scheiße, ich dachte, da war ein Flugmann dabei. Aber irgendwie ist oben meine Anzahl sowieso nicht mehr ganz richtig. Ich hatte mehr als 55 schon. Das hasse ich immer. Wenn man so lange offline ist, dann geht immer irgendwie was verloren. Wo sieht man meine Punkte? Ich erfolge. 7,99. Ich war locker über 8 schon. 8,600 oder irgendwie sowas. Scheiße, das nervt mich. Willkommen. Und braune. Dasselbe Reitier in drei verschiedenen Farben. Mit demselben Reitskill vermutlich. Und dann so ein Riesenunterschied. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Hallo. Möge die Jahre schon euch leiten. Genau das, was ihr sucht. Genau das. Was ist denn? Berichtet mir von euren Reisen. Hallo? Mögen wir euch? Gut, okay. Dann kann ich jetzt mal... Anschafft ein Portal noch ein Grimmar. Hallo? Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. So, wie geht das jetzt mit den Splittern? Achso, den muss man einpflanzen. Gehöft Sonnensammung. Achso. Oh, hallo. Dieses komische Ding kaufe ich jetzt aber trotzdem mal. Das will ich mal ausprobieren demnächst. Das hat sicherlich einen Grund, dass man das kaufen kann. Da kriegt man doch bestimmt irgendwas Cooles. Tatsache. Ist ja sogar ein richtiges Portal, was jeder benutzen kann. Ach nee, stimmt gar nicht. Man kann es ja nur auf dem Gehöft benutzen. Und da kommt ja... ...höchstens ein Gruppenspieler, glaube ich, drauf. Wobei, da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Ansonsten ist es ja... ...nur für mich selber. So, ich würde schon in der Gegenbank... ...und ein paar meine Reserven holen. ...fünf, drei... ...fünf, sechs. Ne, machen wir mal. Vier, drei, fünf, sechs. So, sieht doch gleich viel schöner aus. Uh, ich kann da hin und diesen einen Bosskampf machen. Ich bin jetzt DD mit. Okay. Bin ich mal gespannt. Das kenne ich ja noch gar nicht, glaube ich. Und wie das ist so ein neuer Miniboss... ...oder... ...hat was mit dem Event zu tun. Ist ja das Feuer-Event und das ist ja ein Wasser... ...Typ. Ach, hier drinnen, da doch. Dann kenne ich den vielleicht doch. ...Instanz, obwohl es eine Gruppe ist. Hallo. Tatsache, Instanz. Alle von dem anderen Server. Blutkessel, Aldor, Tyrion, Ambossa. Ich glaube, da wurden schon mal ein paar... ...Server zusammengelegt. Ambossa. Und Tyrion war ich, glaube ich, noch nie irgendwie in einer Gruppe mit. So, der kann zu, der kann zu, der kann zu. Eine Zweihandwaffe sollte ich natürlich auch noch reinnehmen. So, ich werde erstmal einen Bankentier für alle hinstellen. Sofern ich ankomme, wenn der Kampf noch nicht gestartet ist. Aber das Dingkristall ist wahnsinnig sehr richtig böse. Das ist ja wieder eine Ring. Gut. Ich muss näher heran. Doch, das habe ich schon mal gemacht. Das ist also wirklich mein Leben. Bist du humanoid? Tatsache. Ich gehe aber erst mal auf den kleineren. Und dann auf den großen zu gehen. Oh, jetzt sind viele kleine da, sichtbar. Und dann sind wir auch auf die kleinen. Es ist immer schön, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Oh man, I'll tell him this now, let's think I have full damage of him. Ich habe kein Ziel. Ich habe fast einen Rippelschaden gemacht. Jetzt kommen wir los rum. Ich habe fast einen Rippel. Ich habe fast einen Rippel. Die Phasen dauern zu lange. Ich habe fast einen Rippel. 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 Schade. Ich habe fast einen Rippel. Ich habe fast einen Rippel. U siehe. ja so nervig was Untertitelung für funk, 2017 Schau! Cool, dann hier was! Stuh! Schau! Ich kann das jetzt nicht tun! Schade, aber 480 ist krass. Ich hab 360 am Rücken. Gerechtigkeitsabzeichen. Die Dinger gibt's noch, ja. Tatsache. Na gut. Gut. Ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Mal gucken, was ich dann mache. Deswegen leg ich jetzt erstmal auf. Also dann bis die Tage. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt mir doch einfach, was ich mal machen soll. Oder wollt ihr mit mir zusammenspielen? Können wir gerne ein paar heroische Instanzen machen. Also einfach nur anschreiben, mich an und mir vorher Bescheid geben. Das muss man ja vorher planen. Also bis dann. Ciao! Ciao! Ciao!